Jubel in der Halle, sie kann nicht anders sein, eine Amerikanerin, und zwar Jessica Delby. Sie hat drei Plätze gut gemacht, im Moment 24. Das heißt, noch vier Plätze und sie wäre morgen dabei. Beim Halbfinale. Untertitelung des ZDF, 2020 Kerstin, so schaffst du die vier Plätze natürlich nicht. Jetzt mal einmal motivieren, teilt alles, teilt alles, was du kannst, Kerstin, Herr Delby. Nachher würde es nicht traurig sein. Ja, in ihrem Heimatland hätte ich mir jetzt gerne noch einmal geteilt, was sie wirklich kann, bei den T-Town, auch nach diesem Olympischen Turnier. Ja, im Moment Rang 19, das Ziel muss ich aber sagen, das Ziel hier ist die 20.